Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal ein bisschen um den guten Ton auf meinem Kanal gehen. Es ist nicht ganz einfach darüber zu sprechen, aber ja, Spaß beiseite. Es geht einfach nur ums Mikrofon. Ich nehme auf mit einem Toner Q9, das ist recht günstig, kostet um die 70 Euro. Dafür bekommt man das Mikrofon, man bekommt einen Popschutz zum direkt aufs Mikrofon draufstecken, einen Popschutz, um auf den Arm zu montieren. Man bekommt den Arm dazu, den man dann irgendwo festklemmen kann. Es ist ein USB-Mikrofon und bis jetzt hat sich auch wirklich noch niemand über den Ton beschwert. Mir persönlich geht es aber nicht so gut damit, weil ich am Anfang dachte, ja, so ein Mikrofon, das ist schon richtig geil, damit kann man was anfangen und es wurde auch sehr gut getestet. Kaufe ich mir und hat bis jetzt auch irgendwie funktioniert, aber es ist wahnsinnig schwer, so ein Mikrofon aus dem Bild zu halten. Dann muss man es irgendwo hinbiegen, hinschrauben, machen und tun, damit man zwar mit dem Mund nah genug dran ist, aber es im Bild nicht zu sehen ist und das macht mich einfach wahnsinnig, ja. Ich zeige euch mal ein Bild, wie es jetzt gerade momentan hier aussieht, also wie ich das jetzt momentan provisorisch löse, weil ich nun mal so sitze, schaut euch das kurz mal an und das geht so überhaupt nicht, ja. Aber wirklich Quatsch nicht auszuhalten, aber der Ton ist halt wirklich gut. Jetzt habe ich mir ein paar Reviews angeschaut und habe mir jetzt schlussendlich das hier geholt. Das ist das Smart Love Plus von Rode und das ist so ein Lavalier-Mikrofon, das kann ich mir ja schön an den Kragen packen und habe dann keinen Stress mehr. Kragen packen, Kabel hinten durch, ans Handy angesteckt, ich kann rumlaufen damit, ich kann mich hin und her drehen, wie ich möchte. Ich muss nicht immer aufpassen, dass das Mikrofon an der richtigen Position ist, ja. Ich habe das hier, ich kann es ja gerade mal ins Bild holen, das wäre so die Alternative, wie es einige machen. Einige haben das dann hier so vor sich oder über sich oder sonst wo und ziehen so ihr Ding durch. Ich mag das nicht, ich brauche das nicht, ist eigentlich voll locker Quatsch. Ja, ich habe es selber noch nicht getestet, ich habe es hier noch im Karton drin. Ich würde sagen, wir packen das jetzt mal zusammen aus, schauen mal was hier alles drin ist und dann teste ich es mal durch und mich würde wirklich eure ehrliche Meinung interessieren, ob das gleichwertig ist zu dem und ob man das so machen kann oder ob das dann eher ein Rückschritt ist. Wir sehen uns nach dem Intro, bis gleich. So, und hier haben wir das gute Stück auch schon. Kostet auf Amazon so um die 52 Euro. Ist auch nicht ganz günstig, dafür, dass es wirklich so ein kleines Teilchen ist. Aber gut, was will man machen, wenn es die Probleme löst, die man so hat, ist das ja vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach ganz schnell aus. Ich meine, es ist ein Mini-Karton, ist nicht sonderlich viel Spannendes drin. Deswegen fackeln wir nicht lang rum, ich muss nur ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn das Ding nämlich nicht funktioniert, dann geht das wieder zurück. Was heißt nicht funktioniert, wenn es nicht den gewünschten, qualitativ hochwertigen Erfolg bringt. So, Karton mal auf die Seite. Da haben wir so ein schönes Säckchen, das ist schon mal ganz gut. Da wird es nur wahrscheinlich nie wieder reinkommen, eine Bedienungsanleitung. Und hier haben wir schon das Lavalier-Mikrofon an sich. Okay. Und weiterhin ist hier noch drin ein kleines Säckchen. Und da sind zwei Dinge drin. Ich kenne das schon, weil ich natürlich schon zig Reviews dazu gesehen habe. Ich habe gedacht, die Welt wartet jetzt nur noch auf meins. Das ist die Klammer, wo man das Mikrofon nachher am Kragen oder sonst wo anklammern kann. Hier oben ist so eine kleine feine Feder. Da wird das Mikrofon nachher angehängt. Und die soll das Ganze dann ein bisschen entkoppeln. Schauen wir mal, wie es funktioniert, wenn wir es später testen. Das Klettband hier, das ist nochmal irgendwie zum Fixieren. Werde ich wahrscheinlich auch nicht brauchen. Schauen wir mal. Ja, das war schon der ganze Inhalt. Ich würde sagen, ich stecke den Quatsch hier schnell zusammen. Hänge es mir an den Kragen. Und wir sehen uns gleich wieder. Und schauen mal, wie die Qualität ist. So, und da bin ich auch schon wieder. Und habe mir jetzt mal das rote Smart Love Plus hier an den Kragen gehängt. Ja, ich muss schon sagen, ist beim Pulli ein bisschen schwierig. Weil die Klammer ist halt so ausgerichtet, dass man es schön an den Hemd zwischen zwei Knöpfe stecken kann, dass es dann nach oben schaut. Am Pulli muss ich ja erstmal eine Kante finden, dass das Monitor in Richtung, äh, das Monitor, das Mikrofon in Richtung Mund schaut. Aber gut, wie auch immer. Ich habe momentan beide Mikrofone am Laufen. Hier rechts versteckt wieder mein Tonor Q9. Hier am Kragen der Smart Love Plus von Rode. Und ich schalte einfach mal willkürlich hin und her. Und es wäre echt klasse, wenn ihr mal so ein bisschen mithören könntet und einfach mir in die Kommentare irgendwie reinknallen könntet, ob der Ton von dem Smart Love Plus in Ordnung ist oder nicht. Es geht gar nicht so viel um besser oder schlechter und Kondensatormikrofon viel besser und irgendein Käse. Nein, es geht nicht darum. Es geht wirklich nur darum, kann man sich die Videos mit dem Ton aufgezeichnet, mit dem Smart Love Plus anhören oder ist das scheiße? Mehr nicht. Ich habe den Ton auch bearbeitet. Also das ist jetzt nicht der Ton im Rohformat, wie ihr ihn hört, sondern natürlich, ich habe versucht, für mich das Beste rauszuholen. Ich habe es selber auch noch gar nicht probiert. Ich habe es jetzt hier zum ersten Mal am Handy stecken. Das ist jetzt quasi die erste Aufnahme, die ich mache. Oder besser gesagt, nein, es ist nicht die erste. Ich habe jetzt schon mehrmals abbrechen müssen, aber nicht wegen dem Mikrofon, sondern wegen der Kamera, weil ich mich tausendmal verblabbert habe. Aber ich habe es noch nicht angehört. Die ganzen Aufnahmen, die sind noch hier auf dem Handy drauf. Und ja, ich werde es jetzt dann gleich beim Schneiden von dieser Szene, die ich hoffentlich jetzt durchziehe, anhören. Ja, mir wäre es natürlich sehr lieb, wenn der Ton gut ist, weil es ist doch um einiges einfacher. Zugegeben, es sieht auch nicht gerade so toll aus, wenn man hier so einen Knüppel hängen hat, aber ich glaube, das stört die wenigsten. Ja, wie gesagt, es gibt genug YouTuber, die haben da ihre Kondensatormikrofone direkt vor dem Gesicht hängen und es stört keinen. Also so ein kleines Ding sollte keiner stören. Für mich ist es aber wesentlich einfacher. Ja, ich kann das Handy in die Tasche stecken, ich kann rumlaufen, wenn ich vorhabe, im Sommer mal vielleicht draußen ein Video zu machen oder vielleicht mal noch weiter weg von der Kamera. Oder ich habe in dem Moment vielleicht auch gerade kein Computer zur Verfügung, wo ich ein USB-Mikrofon kann anschließen. Ich habe halt so, so viele Vorteile. Ja, gut, ich würde sagen, das soll es auch schon mal gewesen sein. Ihr haut, wie gesagt, fleißig in die Kommentare. Wäre wirklich klasse, ob das so in Ordnung ist, ob wir da so weitermachen wollen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Bis bald.